Ja, Bautrum in der Innenstadt hat sich auch richtig viel gemacht. Roller fahren hier trotzdem durch, obwohl es hier verboten ist. Das interessiert hier keinen Schwein. Auch wenn hier mal irgendjemand einer parken will, dann füllt ein Fahrrad um. Das ist egal, dann wird das Fahrrad wieder hingestellt und dann wird weitergefahren. So, jetzt suche ich erstmal eine Bank, ein bisschen Kleingeld. Ah, da ist sie ja schon. So, Kootisch-Wiederverkehr auch ist, gibt es hier trotzdem eine ganz geile Sache. Und zwar gibt es hier bei den Ampeln oben eine Anzeige, welche anzeigt, wie lange die Ampel noch auf Rot stehen bleibt. Jetzt sind es noch elf Sekunden. Und jetzt ist die Ampel grün. Gut, nicht? … … …